Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mal mit einem alten Mail-Ärgernis. Und zwar, wenn man von Outlook an einen Thunderbird-Empfänger eine E-Mail verschickt, dass der Anhang als Winmail.dat ankommt, beziehungsweise wenn man die E-Mail schön formatiert hat, also mit Tabellen und eingebetteten Bildern, dass die bei dem Thunderbird-Nutzer teilweise völlig zerhackt ankommt. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel oder liked das Video. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann nutzt doch noch das Glöckchen. Das hier erläuterte Problem, das ist schon relativ alt, also das habe ich auch schon vor 10 oder 15 Jahren sporadisch hin und wieder gehabt. Wie gesagt, sporadisch, es ist ja nicht immer so. Das heißt, auch heute hat man das Problem, manchmal in dieser Form, dass der eine Thunderbird-Empfänger das völlig korrekt bekommt und der andere Thunderbird-Empfänger, bei dem tritt das Problem penetrant auf. Oder man hat jahrelang an einen geschickt, das hat immer funktioniert und auf einmal geht es nicht mehr. Das hat mehrere Gründe. Also wir gehen jetzt erstmal auf diese ganzen Standardvorschläge ein, die man so im Internet findet. Und zwar, wenn man das Outlook öffnet und hier auf Optionen geht, dann hat man ja mehrere Optionen, die man da mal prüfen sollte. Also zwar hier Nachricht in diesem Format verfassen. Also wenn hier Rich Text ist, sollte auf jeden Fall HTML ausgewählt werden. Der Vorschlag, nur Text zu verwenden, den finde ich heute eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß, weil man dann halt sich keine schönen Signaturen oder irgendwas hinlegen könnte. Wer es macht, soll es halt machen. Aber ich mag es, wenn ich ein bisschen bunt meine Sachen habe. So, das war das erste HTML. Dann gibt es noch weiter unten eine zweite Einstellung und zwar beim Senden von Nachrichten im Rich Text Format an Internetempfänger in HTML konvertieren. Sollte auch auf jeden Fall so ausgewählt sein. Dann gibt es noch eine weitere Einstellung und zwar erweitert. Und die findet man hier. Also erweitert internationale Optionen. Hier die Kodierung, die steht standardmäßig, glaube ich, auf mitteleuropäisch ISO oder mitteleuropäisch Windows und die sollte tunlichst auf UTF-8 eingestellt sein. Gerade wenn man sehr viel auch mit anderssprachigen Mail-Teilnehmern kommuniziert, also mit China oder Russland oder keine Ahnung was. Da geht die Kodierung mitteleuropäisch oder mitteleuropäisch Windows sowieso nicht. Das heißt, die Einstellung, die wäre in dem Falle nicht korrekt, selbst wenn es in ihrem Mail-Dokument die Buchstaben ordentlich anzeigen würde. Okay, also das waren jetzt die Einstellungen, die man machen kann. Und jetzt würde man ja vermuten, dass das global einfach für alles gilt. Outlook hat aber so eine Marotte, dass die teilweise bis auf den Empfänger man das einstellen kann, dass derjenige, sage ich mal, jetzt in diesem Rich-Text-Format das bekommen soll oder nicht. Zumindest war das in den älteren Versionen relativ einfach übers Adressbuch möglich. In der neueren Variante hier habe ich das jetzt auf Anhieb nicht so gefunden. So, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der eine Thunderbird-Empfänger das bekommt, richtig bekommt und der andere nicht. So, in den meisten Fällen hat aber diese Einstellung dann geholfen. So, jetzt ist mir aber ein weiteres Problem aufgetreten. Wenn man sein Outlook mit einem Office 365 Konto verbunden hat, also man hat ein Office 365 E-Mail-Konto, dann sind diese Einstellungen komplett wertlos. Also die werden völlig ignoriert. Das gilt auch, wenn man als zweites und drittes und viertes E-Mail-Konto ganz normale IMAP-Konten hat, die teilweise sogar bei einem anderen Provider liegen. So, also diese Einstellung, die greift über alle Konten, wenn man ein Office 365 Konto hat. So, jetzt gibt es zwei Varianten natürlich. Also das heißt, es gibt ja diese Business-Variante, die haben jetzt Glück, da habe ich die Lösung. Und dann gibt es natürlich die Schlucker, die sich eine Personal-Variante geholt haben. Denen kann ich jetzt so auf Anhieb nicht helfen. So, jetzt gehen wir mal für diese Business-Kunden. Das heißt, die haben einen eigenen Tenant im Office 365 mit ihrer eigenen Domäne. Das ist jetzt bei mir der Fall. Und zwar, wenn wir jetzt in dem Office 365 Admin Center drin sind, dann gehen wir hier auf den Exchange. Wenn das nicht angezeigt wird, dann hier unten auf alle Admin Center anzeigen. Und dann findet man hier diesen Punkt Exchange. Dann eröffnet sich das Exchange Admin Center. Natürlich auf der Startseite. Ich habe das jetzt mal wegselektiert, weil ich hier nicht alles ausblenden möchte. Und man sucht dann einfach hier diesen Punkt E-Mail-Fluss, Remote Domäne. Wenn man jetzt kein kompliziertes Server-System hat, also wenn man verschiedene Office 365 Tenants miteinander verbunden hat oder halt auch noch lokale Exchange Server und Co., dann wird das in der Regel nur diesen einen Eintrag geben. So, den öffnen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir hier unten diesen Block. Das heißt, den gehen wir auf Bearbeiten. Und hier sollte auch jetzt Unicode UTF-8 ausgewählt sein. Jeweils standardmäßig ist hier auch Western European Windows oder halt Zentral European ISO eingestellt oder Western European ISO. Das heißt, in beiden Fällen bis jetzt UTF stehen. Und ich würde in dem Fall auch noch anklicken auf nie, damit halt Benutzereinstellungen nicht verwendet werden. Das heißt, falls das Outlook dann doch noch irgendwas durchgibt, einfach hier auf nie einstellen und dann gehen wir auf speichern. So, und das funktioniert jetzt auch, wenn wir das Outlook noch nicht mal abgemeldet haben vom Exchange Server und wieder angemeldet haben. Also das heißt, mal geschlossen und gestartet haben. Also zumindest hat es bei mir sofort funktioniert. Und es hat auch sofort auf alle anderen Konten funktioniert. Ich würde trotzdem vorschlagen, mal das Outlook komplett zu schließen und mal neu zu starten, damit Einstellungen vom Exchange Server bzw. Office 365 Server synchronisiert werden. Für den Office 365 Nutzer, der sozusagen das Personal Edition hat. Ja, da gibt es ja dann diese Outlook.de und Outlook.com E-Mail Adressen oder so. Da habe ich leider jetzt keine Möglichkeit gefunden. Also das sieht ja dann im Prinzip so in der Art aus. Nur halt nicht mit der eigenen Domänen. Und in den Einstellungen habe ich halt nur diese Einstellung gefunden. Das heißt, hier ist HTML1. Also es ist jetzt in dem Konto des jeweiligen Nutzers drin. Und es gibt nichts anderes hier einzustellen. Das heißt, wenn der Exchange Server von, also der zentrale Exchange Server von Microsoft da das nicht so eingestellt hat, wie ich das eben dargestellt habe, dann haben diese Benutzer im Moment einfach Pech. Also ich habe da keine Möglichkeit gefunden, das zumindest Outlook-seitig irgendwie zu korrigieren. Sollte jemand da einen Tipp haben, bitte in die Kommentare reinschreiben oder mir eine kurze E-Mail schreiben. Ich würde das auf jeden Fall noch ergänzen. Natürlich gibt es auch die Lösungsvorschläge, dass die Thunder Benutzer sich irgendwelche Plugins installieren sollen und was auch immer. Aber das ist ja am Ende nicht die wirkliche Lösung, dass da jetzt jeder individuell irgendwo rum basteln sollte. Ich hoffe, ich konnte vielen jetzt ganz auf die Schnelle mal helfen. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Hinweise habt, wie man das noch besser sozusagen lösen kann, das Problem, dann bitte Kommentare nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken und am besten auch den Channel abonnieren. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann das Glöckchen benutzen. Ansonsten wünsche ich euch einen Rest, schönen Rest der Woche oder den schönen Rest Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Euer Christoph. Tschüss und bleibt gesund. Euer Christoph. Tschüss und bleibt gesund. Vielen Dank.